Die Sicherheitslage zwischen Israel und Palästinensern ist seit Langem angespannt. Nach einem tödlichen Anschlag zweier Palästinenser auf vier Israelis vor zwei Wochen im Westjordanland hatte sie sich aber noch einmal verschärft. Und nun hat das israelische Militär eine groß angelegte Militäraktion gegen militante Islamisten gestartet. Die Armee flog zunächst mehrere Luftangriffe und rückte dann mit rund 100 Militärfahrzeugen und Bodentruppen in die Stadt Jenin ein. Sie gilt als Hochburg militanter Palästinenser im Westjordanland. Mehrere Palästinenser sollen bei der Offensive getötet worden sein. Und in Tel Aviv ist die ARD-Korrespondentin Sophie von der Tann. Die Militäraktion im Westjordanland dauert offenbar noch an. Wie ist die aktuelle Situation? Laut Militärangaben suchen Soldaten, israelische Soldaten aktuell, nach Waffen in den Häusern im Jenin-Flüchtlingslager. Sie haben auch ein Labor gefunden, in dem Sprengstoffe und Sprengsätze hergestellt worden sein sollen. Laut Militärangaben. Man hat Waffen konfisziert. Man hat wohl Teile einer Raketenabschussvorrichtung konfisziert. Aktuell heißt es von palästinensischer Seite acht Tote und 30 Verletzte. Ein israelischer Soldat ist auch verletzt worden. Das israelische Militär sagt, es habe außerdem ein Kommandozentrum von militanten Gruppen im Flüchtlingslager in Jenin gefunden und gestürmt. Dort sollen Kämpfer sich koordiniert haben, Angriffe geplant haben und sich danach zurückgezogen haben. Die Militäraktion hält an und das israelische Militär sagt, das Ziel sei es, Jenin als Hochburg für Terror einen Schlussschicht darunter zu ziehen, das zu beenden, diese Situation. Und diese Aktion werde jetzt noch so weit fortgesetzt, wie es nötig sei. Was sind denn die Hintergründe für diese Operation? Was hat sie ausgelöst? Also seit Wochen steigt der Druck aus den Reihen der Koalition, der ultrarechten Koalition von Premierminister Netanjahu auf ihn, auf das Militär. Das ist eine Aktion, eine groß angelegte Aktion im Westjordanland geben solle. Es kam vermehrt zu Anschlägen, zu Angriffen von palästinensischer Seite aus auf Israelis, besonders im Westjordanland. Wir haben es gerade schon gehört. Zuletzt ein Anschlag nahe einer Siedlung mit vier israelischen Toten. Das kam wiederum, nachdem es eine Razzia auch in Jenin durch das israelische Militär gab, mit mehreren palästinensischen Toten. Erst vergangene Woche kam es zu einem missglückten Versuch, Raketen tatsächlich aus der Nähe von Jenin abzufeuern Richtung Israel. So weit ist es nicht gekommen. Aber das ist sozusagen der Kontext, in dem dieser Druck jetzt auf Netanjahu steigt, dort eine groß angelegte Militäraktion zu starten. Und Hauptziel dieser Aktion ist ja dem Vernehmen nach, Sie haben es erwähnt, die Stadt Jenin, beziehungsweise ein dort befindliches Flüchtlingslager. Was ist da der Hintergrund dafür? Jenin gilt als Hochburg für militante Kämpfer. Wir haben in den vergangenen Monaten, im Prinzip besonders seit letztem Frühjahr, immer wieder Anschläge, auch in Israel gesehen, durch palästinensische Angreifer. Und viele sollen eben aus Jenin, vor allen Dingen eben auch aus diesem Flüchtlingslager gekommen sein, die Anschläge dort geplant haben, sich dann dort zurückgezogen, versteckt haben. Es kamen immer wieder zu Razzien in den vergangenen Monaten laut Militär-Antiterroreinsätze, die dann wiederum zu heftigem Widerstand geführt haben mit vielen palästinensischen Toten, darunter eben auch Zivilisten. Und man muss vielleicht noch zum Kontext sagen, Jenin ist eigentlich unter Kontrolle der palästinensischen Autonomiebehörde. Die ist dort eigentlich verantwortlich für die Sicherheit, hat aber immer weniger Einfluss und Kontrolle tatsächlich über Jenin. Diese radikalen Gruppen, diese militanten Gruppen bekommen immer mehr Zulauf, gerade unter jungen Männern, die keine Zukunftsperspektive für sich sehen, die sich radikalisieren und dann eben solchen Gruppen anschließen. Israel wird ja im Moment von einem ultrarechten Bündnis regiert. Wenn man jetzt auf die Härte dieser Aktion guckt, hat sich der Kurs der Regierung verändert? Diese Razzien, wie wir sie jetzt auch sehen, die finden eigentlich schon seit letztem Frühjahr statt. Damals als Reaktion eben auf Terrorentschläge, die in Israel verübt wurden von palästinensischen Angreifern aus der Gegend von Jenin. Das ist also nichts Neues. Die finden schon seit Monaten statt, immer wieder. Die Intensität hat jetzt möglicherweise etwas zugenommen, dass wir auch Angriffe aus der Luft sehen, mit Drohnen. Es gab vor kurzem auch den Einsatz eines Helikopters. Das ist tatsächlich nochmal eine neue Qualität und es ist tatsächlich eines der Jahre mit den meisten palästinensischen Toten seit einer langen Zeit. Und wenn wir schauen auf den Siedlungsbau, das hat tatsächlich zugenommen, oft auch als Reaktion auf das, was im Westjordanland vor sich geht, Ankündigung als Reaktion auf einen Terroranschlag. Gerade zuletzt wurden 5700 weitere Wohneinheiten für Siedlungen im besetzten Westjordanland von der aktuellen ultrarechten Regierung genehmigt. Und manche Beobachter sprechen ja jetzt von einem Beginn einer neuen, groß angelegten Offensive. Lässt sich abschätzen, wie sich die Situation in nächster Zeit weiterentwickeln wird? Die Frage ist auch, wie die Reaktionen jetzt ausfallen von der Hamas aus dem Gazastreifen, die den Gazastreifen kontrolliert und oft auch reagiert auf das, was in Jerusalem oder eben im Westjordanland vor sich geht. kam jetzt schon ein Statement, wonach es heißt vom Anführer der Hamas, Ismail Haniyeh, dass das Blut, was in Jenin vergossen worden sei, bestimmen wird, wie die nächste Stufe aussehen würde. Man sei für alle Wege sein möglich, auch vom Islamischen Dschihad, einer weiteren Terrorgruppe, die auch im Flüchtlingslager in Jenin aktiv ist, hieß es, alle Optionen seien offen. Also wir müssen jetzt weiter beobachten, ob es da zu einer Reaktion kommt und wie die ausfällt. Danke, Sophie von der TAN in Tel Aviv. Danke, Sophie von der TAN in Tel Aviv. Vielen Dank.